ok spanisch russisch japanisch latinamerikanisch englisch südamerikanisch englisch französisch chinesisch italienisch koreanisch ich bin es natürlich auf deutsch und das lesen kannst du lassen das programm ok ein spiel da gibt es kein spiel damit offiziell willkommen zurück zu gibt es kein spiel heute kein neues display auf meinem kanal ich weiß nicht warum ihr überhaupt hier seid hier gibt es nichts hier gibt es kein spiel kein weiteres display hier also nicht klicken um zu starten ok wir klingen also nicht um zu starten ja und sonst so was machen wollte spiel ist heute nicht habe ich irgendwie ja damit dazu entschieden hat kein spiel zu spielen also lassen wir es leider ähm tja hoppla oh ich habe etwas in die geklickt kein spiel hier nutzlose option hier dank ok miese n amyme ok ok was gibt es denn bei nutzlosen option oh du wirst stärker sprache anzeiger sprache anzeiger sprache anzeiger wofür na dann kann man hier noch irgendwie schuld anklicken hm wo müssen wir jetzt lang wo müssen wir hin klicken ich weiß es nicht ähm wo geht es jetzt lang ja nein Ich werde keinen verlassen. Das ist dein Fall. Oha. Wir starten das Spiel neu. Äh, das ist kein Spiel. Das gibt ja kein Spiel. Kennspiel von Lob im Ibizu. Nein. Ich werde mich verlassen. Können wir jetzt noch eine Option finden? Mitwirken können wir uns angucken. Kein Spiel von Domi Ibizu. Das haben wir schon dreimal jetzt. Das ist ein Spiel. Kein Spiel von Domi Ibizu. Kein Spiel von Domi. Hör auf. Miss in Abilme. Wenn dieses Symbol auftaucht, verlasse sofort das Programm. Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, deinen Spielstand zu beschädigen. Danke. Es ist nicht so, als ob dieses Nicht-Spiel ein Hinweis-System hätte. Das ist nicht so, als ob es nicht mehr ist. Das ist nicht so, als ob es nicht mehr ist. Orchester Musik. Kein Hinweis auf diesen Bildschirm. Kapitel 1. Okay. Okay. Du bist nicht so, als ob es nicht so, wenn du dann bist. Du bist nicht so. Weil du dein Buch bist. Oh, hier ist es. Okay. Ich habe schon immer vergessen, den Titeln. Du bist nicht so, wenn du dich nicht so. Du bist nicht so. Du bist nicht so. Du bist nicht so. Es ist aber auch immer so. Ich habe einige schlechte Nachrichten. Eigentlich gibt es kein Spiel. Die Finanzkrisis, die Apokalypse, blablabla... Ich hoffe, dass du nicht zufrieden bist. Du kannst trotzdem auf TV sehen, gehen draußen, read ein Buch... Ja, kein Spiel. Aber zwischen dir und mir, anst du eine Reifung, wenn du kannst. Und du weißt, mein Kreatur hat 2 zu essen, und er fährt seine 12 Kinder. Und seine Frau, die krank ist, wenn er endlich einen findet. Okay, dann... Kommen wir jetzt auf, machen wir was anderes. Oh... Es gibt nur noch... Oh, ha! Ja, 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 ja... Die, 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 die... No... Die, 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 die... What are you going to play after that? Pong? Snake? Candy Saga? The legal department is making some big gestures over there. What you're doing is pointless. I'm not a game program. I'm just... An ordinary... Okay, put some Slayer Er, die, die, die... Auf die, die Werte. Jetzt, ich werde es, at the Berteilung, weißt du das... Dude, das... Well, if that's the way things are going to be, let's make something solid. Das ist kein Spiel. Stop tapping everywhere. It's annoying. I can't close the program myself. You have to quit. Okay, I get it. You want to play your game? All right. We're going to play... Oh, Rochambeau. No, we're going to have a great time. You know, it's the one with rock, paper, scissors. Yeah. Paper, paper, rock. Okay. Stein. 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 Oh, that's too bad. You lost again. Don't give up. Tja. Stein. It's unbelievable. I win every time. Try again. Tja. Wer ist ein Zahnpfiff nun mal? Ein Stein. Stein. Ha, this is a great game. Don't you think? Might get a little repetitive after a while. Aum. Schere, Papier, Stein. Was nehme ich denn? Stein? I, I swear I'm not cheating. No, 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 no. And aren't you tired of losing yet? Tja, versuchen wir mal... Stein. Tja. 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 Vibekar. Tja. 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 Das ist ein Spiel. Kein mehr Spiel hier. Finiert. Das ist das Grund, wir werden jetzt stehen und wir werden leben. Happy zu haben, ein fantastisches Breakbreaker. Woher kommt das? Das ist nicht supposed to sein. Are you trying to get rid of me, oder was? Digitale Assassin. Virtual Killer. Nein! Stop it! Stop it! Was wirst du machen? Tja Du musst mich kümmern! Schau auf was du getan hast! Ein ganz neuer Titel! Wenn du Dinge brechen möchtest gehst du in die Battle of Duty zu brechen! Das habe ich doch gewusst. Na gut, die meisten jetzt kenne ich ja auch schon. Was denkst du, du machst, User? Weil ich das Ding schon mehr als einmal bei anderen Leuten gesehen habe. Na gut, jetzt brauchen wir einen Schlüssel. Not welcome. Ah, ein Schlüssel. Das ist ein Kron. Das ist ein Kron. Ich hab mir Gold. Ich hab mir Gold. Ich hab mir Gold. Ich hab mir Gold. Das ist ein Zahnrad. Ich habe einen Zahnarzt. Okay, kommen wir hier. Wir hatten noch Schlüsse. Was haben wir hier? Französisch abschrauben. Okay, wir haben jetzt Frankreich. Was machen wir in Frankreich? Wir haben ein Zahnrad. Ein Metallteam mit einer Trommenzispitze dran. Wir haben ein Curso. Wir haben Frankreich. Äh, ja Frankreich. Ich habe das irgendwo hier. Und wir haben die Zeit. Das ist ein Jahr. Ich habe einen Zahnrad. 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 Ah ja. Stopp pushing the key. It falls to the ground. Aber ich finde mal die Frankreich vielleicht auch da unten durchschieben. What's that blue thing under the door? I don't understand what you're doing. Better to you, I bet. Where's the key? Where's the key? No, don't do that, user. Don't open the door. You're as stubborn as a mule. I hope this will calm you down. Don't bother trying to open it. The lock is completely bastard. It won't work. I'm telling you. See? It's useless. Like your neurons. Were you a hamster in a past life? Alright. Okay. I'll do something else. Excuse me. Inside the train. Okay. Sorry. ja jetzt rückblättern können wir nicht das zahnrad muss doch was für was gut sein aber das ziel für mich ist nicht so sehr hilfreich ich komme noch zu das kann man nicht Tja, wo könnte so ein Zahnrad hinpassen? Das ist hier irgendwo Tja Es blinkt aber, wenn wir es da hinstellen Es muss hier auch ein Dinger Eine Möglichkeit gieren Oh! Irgendwer ist da ein Blitz Ich brauche noch ein zweites Zahnraddruck Wenn es schnell geht Wenn es schnell geht Stopr steigert zu schnell Du bist meine Ram Sie? Ich habe dich verabschiedet Hey! Das ist grün, Bro Hey! Es hat nicht weggebracht Wir sind wieder in der Spiel Im der Spiel Der Mann-Gam, ich meine der Mann-Gam Wir machen nicht das wieder, ok? Wow! Das ist nicht so. 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 So, so. So. Too bad, I have no choice. Let's go, let's go, let's go. Nein, nein, nein. Program loading. What bad luck? You were able to press the button. I'm very upset. Now, the program is loading and there's nothing I can do to stop it. You're good. You've bitten me. Say, it's taking a long time to load. The progress bar stopped moving? It looks like it's moving backwards now. There must be a new war in the program. No, here, it definitely crashed. I feel bad for you. There's nothing left for you to do but... Hey, don't touch my paper. I mean the progress bar. There you go. Much better like that. Stop already. Hands up, don't touch anything else. Except that you just never give up, do you? Hmmm... I'm loading. The program is going to close due to an unexpected use... Error... ...program closing... Das Programm hat sich unerwartet beendet. Bitte klick, neu starten. Es ist kalt. Musik. Ah, der Nussknacker. Ist dann schon wieder Weihnachten. Entspannung der Zugklinge. Fahrstuhl, liebe. Drehst den Stockwerk. So, Media Player wurde beendet. Ein exklusives Episode von Breaking Gold auf TV. Und eure Wahrheit sagt dir, dass du es definitiv nicht verlierst. Geh! Okay, wir haben eine Uhr. Das Edmund war das Passwort benötigt, um auf das Zeitsystem zurückzugreifen. Hier zu greifen. Jetzt muss ein paar Flickrumpf. Ok, Spür, braucht man Nuss. Nicht schütteln. Das ist wirklich eine private Wahrheit. Screwmedia wurde beendet. Ich war jetzt über Apolo 11. Hallo Betanballon, das ist FBI. Der Ristop-Button auf der Maschine scheint zu sein, zu sein. Dein Wissen hat euch geholfen, dass du auf dem Finger auf dem Finger und es nicht ausfällt. Ha, Miss New York. Aha, sexy. Mission Nordrhein. Miss Paris. Fantastisch. Miss Tumpion. Oh. Da rumklippen. Nichts! Diese Bilder sind skandalös! Ich werde sofort die Autoritäten kontaktieren, über die Klassifikation dieses Spiels. Äh, kein Spiel. Und sie sind nicht meine, sie sind für eine Freundin. Die Welt über Candy ist tot. Hallo, aufgrund eines technischen Problems gegen den Inhalt dieses Dokumenten leider verloren. Sorry. Das FBI, wie erst der Scharfschutz war ein Wetterballon. Ah, ja. Welt Nummer 3. Die Welt über die Wetterballon. Der Kuss ist tot. Ja, ja. Ja, dein Kuss sagt, du hast einen Kuss und er ist tot. Ja, das ist tot. Ja, dein Kuss sagt, du hast einen Kuss und er ist tot. Hallo, aufgrund eines technischen Problems gegen den Inhalt dieses Dokumenten, Hallo, sorry, das FBI, das BF, oh ja, es war ein Wetterballon. Diese Wetterballons... ... ist schon mysteriös. Okay, irgendwas wissen wir noch mit den... ...SIM-LIP. Wie kommen die Bilder, irgendwie das schon? Hm. Zurück die Hase ausbauen. Hm. Wir werden die Maschine ausbauen, um die Elektrizität zu retten. Und die Menschheit zu retten. Hm. 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 Programmier uns, Herr Zöger. Okay. Hm. Hm. Hey, die Karte. Hm. 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 Es ist kein Versuches von Joel. was in deiner conscience sagt schütze, 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 schütze schütze, schütze, schütze kleine screws und kleine machen damit aha habe ich ein papierkomp wirst bin bei eva passwort vergesse in dieser reihenfolge eingeben erstens finde das ungewöhnliche auf meiner id-karte zweitens mein liebingszahl die private nummer von historik ok spiel ich muss jetzt gehen sorry gg ich muss den und von brechen und 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 und